Mein erstes selbst kreiertes vegetarisches Abendessen. Radieschen in kleinen Scheibchen, Stiftchen schneiden. Die ganzen Zutaten. Jetzt kommt ein sauerer Apfelklein, schneiden Würfelchen. Die Gurkenwürfelchen, Staudensellerie dazu. Und das Ganze schön verrühren. Dazu Bio-Mayonnaise, einen mageren Joghurt dazu. Das Ganze gut vermischen. Apfelessig dazu. Umrühren. Bisschen Pfeffer drüber. Und dann das Ganze noch verfeinern mit harzer Käse. Natürlich abschmecken. 15 Minuten danach unbedingt ruhen lassen. Und dann geht es aufs Brot. Ein Brot ohne Zucker und Konservierungsstoffe. Abschmecken. Schmeckt lecker, oder? Schmeckt lecker? Mh, ist das lecker. Mh, ist das lecker. Ich kann es euch nur empfehlen. Probiert es einfach mal aus.